Willkommen Sportwettenfreunde und alle, die mit Sportwetten Geld verdienen wollen. In diesem Video werde ich dir ein Video über den Wettanbieter BAT365 aufnehmen. Zudem werde ich dir wichtige Sachen sagen zu Thema Limitierung und generell, was wichtig ist bei einem Buchmacher. Wir werden uns aber auch bei BAT365 angucken, was macht Sinn dort zu wetten und was macht überhaupt nicht Sinn. Ich habe dir da ein paar Sachen vorbereitet, das wird denke ich mal ein sehr spannendes Video. Ich werde dir hier einige Insights geben, damit wir dieses Thema BAT365 einmal abgearbeitet haben. Ich würde sagen, wir reden nicht lange, es geht direkt nach dem Intro los. Bevor wir starten, abonniere diesen Kanal, falls du noch nicht hier Abonnent bist und mach auch den Daumen nach oben hoch. Als nächstes Video habe ich mir überlegt, das kannst du auch gerne in die Kommentare schreiben, was du haben möchtest, ein Money Management Video einmal komplett, wie das Money Management vernünftig und strategisch aussehen sollte. Das ist meine Idee, wenn du das sehen möchtest, lass ein Like da, schreib gerne in die Kommentare, ob du das Ganze sehen möchtest. Ich habe mehrere Sachen vorbereitet, wir fangen einmal kurz mit ein paar Vorteilen an, die BAT365 hat, die andere Wettanbieter einfach nicht haben. Als Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel bei Tipico bist, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht schon mal zu BAT365. Ich werde dir aber auch die negativen Sachen von BAT365 mitgeben, denn da gibt es einige Sachen, die wirklich einfach negativ sind. Kurz zu den Vorteilen. Also wir haben einmal diesen Wettenkonfigurator. Was kann man da machen, was ist interessant, was macht zum Beispiel auch Sinn. Wenn du zum Beispiel unter Gesamtanzahl Tore gehst, klickst du einfach drauf, kannst du das sehr präzise filtern. Du kannst von beiden Teams jetzt auf ein Team gehen, was natürlich auch andere Buchmacher teilweise auch haben, aber du kannst zum Beispiel diese Sachen dann nochmal nach der ersten und nach der zweiten Hälfte filtern. Als Beispiel, wo wir dieses Video aufnehmen, was mir direkt einfällt. Heidenheim ist ein Team, was in der zweiten Hälfte so gut wie immer getroffen hat bei den Spielen, wo es drauf ankam, gegen zum Beispiel auch gute Gegner. Hier hätte man dann mit Heidenheim die Filtermöglichkeit, dass man, sage ich mal, in diesem Fall ist es jetzt Schalke 04, auf die zweite Hälfte und auf mehr als 0 Tore. Das heißt, dass sie mindestens ein Tor in der zweiten Halbzeit erzielen werden. Und das ist eine sehr präzise Filtermöglichkeit, die BAT365 anbietet. Ich nutze BAT365 für zum Beispiel die YouTube-Videos, für die Live-Wetten-Videos. Die kannst du dir auch gerne anschauen. Da kam neulich wieder eine neue Live-Wetten-Folge raus. Aus dem Team nutzen einige, beziehungsweise jeder hatte auch einen BAT365-Account. Ich habe auch einen BAT365-Account. Zu Buchmachern kann ich dir nicht viel sagen, welche da gut sind oder nicht. Es gibt ein paar Sachen, worauf man achten sollte. Das heißt, es sollte erst einmal ein seriöser Anbieter sein, der nicht im Internet stehen hat, dass er zum Beispiel Gelder nicht ausbezahlt. Negative Bewertungen bei Buchmachern sind komplett normal. Lass dich davon nicht abschrecken. Denn wenn jemand oder viele halt bei Sportwenden Geld verdienen, geben sie oft dem Buchmacher die Schuld. Das heißt, diese Art von negativen Bewertungen kannst du getrost ignorieren. Schau drauf, dass du einen guten Auszahlungsschlüssel hast bei den Quoten. Das heißt, dass du nicht zu kleine Quoten bekommst. Es müssen nicht die Höchsten sein, aber sie sollen auf jeden Fall wettbewerbsfähig sein. Und auch das Thema Limitierung solltest du dir anschauen. In Foren etc. findet man da immer sehr guten Austausch, welche Wettanbieter gut sind oder nicht. Ich werde dir in diesem Video aber auch zeigen, was du bei BAT365 eine einzige Wettart, die nun bei BAT365 deutlich mehr von dir genutzt werden sollte. Denn davor hattest du immer Nachteile. Und jetzt seit 2024 hast du hier einen massiven Vorteil. Das heißt, schau dir das Video komplett bis zum Ende an. Kommen wir jetzt aber zu dem Wichtigsten von allen Möglichkeiten. Das ist das Asian Handicap. Und hier gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Du weißt ja, dass ich die Sportwettensoftware nutze und vor allem dort auf Tore gehe. Ganz wichtig, am Ende werde ich dir noch von diesem Video eine Sache sagen, die für BAT365 Kunden aus Deutschland enorm enorm wichtig ist. Das ist eine neue Änderung, die einem quasi enorm viel Geld erspart. Ich werde dir das gleich alles nochmal ganz genau zeigen. Wichtig also, wenn du hier beim asiatischen Wetten bist, gehst du runter. Gesamtanzahl Tore asiatisch. Hier hast du jetzt die Möglichkeit, über 2.0, über 3.0 oder auch zum Beispiel 2.25 zu wetten. Die meisten Wettanbieter haben über 2.5 Tore, über 3.5 Tore. Das ist alles gut. Aber die asiatischen Wetten, das ist das, was ich euch auch oft in den Videos sage, sind eine sehr gute Sache. Als Beispiel, wenn du bei dieser Partie von ausgehst, dass viele Tore fallen, die Lines, also die Quote für zum Beispiel ein über 2.5 oder über 3.5 nicht ideal ist, kannst du ein über 3.0 machen. Was bedeutet ein über 3.0? In diesem Fall bekommst du eine 1.67 Quote. Wenn in der Partie 4, 5, 6 Tore fallen, hast du die Wette gewonnen. Bei einem 3-Tore-Ausgang, also das 3-Tore-Fallen, bekommst du dein Geld zurück. Und ganz wichtig, was ich dir gleich gesagt habe, wenn du aus Deutschland kommst, gibt es hier endlich einen Vorteil, den wir jetzt haben als deutsche Kunden, den zum Beispiel Österreicher lange gehabt haben, den wir jetzt nicht haben und der jetzt neu hinzugekommen ist, seit 2024, was eine sehr positive Entwicklung ist für deutsche Kunden. Natürlich ist nicht alles ideal, also bei Bet365 ist es jetzt so, du siehst es, jede Wette ist bei Bet365 gebührenfrei. Früher war es so, du hast zum Beispiel 100 Euro gewonnen, dann ging die Wettsteuer runter, das heißt, du hattest nicht mehr die 100 Euro, sondern nur noch 95. Das ist immer Stand der Dinge gewesen. Jetzt ist es, wenn du 100 Euro gewinnst, bekommst du auch 100 Euro. Bedeutet aber nicht, dass du jetzt 5% automatisch mehr machst, denn teilweise sind die Quoten schlechter. Bedeutet, du bekommst schlechtere Quoten als früher, da dann die Wettsteuer einfach in die Quote mit eingerechnet wurde. Kleiner Trick von dem Buchmacher, hört sich aber gut an, besonders für neue Leute. Heißt aber nicht, dass hier jede Wette eine schlechtere Quote hat. Wenn du möchtest, dass ich dir ein Video zum mache, und da mache ich diese Folie gerade nochmal auf, wo ich zum Beispiel mal eine Value-Wette in einer ganz, 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 ganz kleinen Liga, die eigentlich niemand auf dem Schirm hat, wo die Quote bis zu 30% höher war als bei den ganzen anderen Buchmachern, und das war auf BAT365, das heißt BAT365 hat eine 30% zu hohe Quote angeboten. Das heißt, wer jetzt sagt, die Quoten sind zu schlecht bei BAT365, es gibt auch Sachen, wo die Quoten enorm hoch sind. Wenn du dazu mal ein Video machen willst, ich habe das nämlich alles gescreenshotet, das war eine Wette, die ich in unsere Signalgruppe gepostet habe, dann like dieses Video, schreib mir gerne einen Kommentar, dass du das sehen möchtest. Bevor wir weitermachen und weil es auch thematisch passt, ich habe ein Videotraining, geht ungefähr 40 Minuten, gibt es nur bei uns auf der Webseite, sonst gibt es das nirgendwo zu sehen. Du siehst es unten links schon, eine Abrechnung von BAT365, darum passt das Ganze thematisch, wo ich an einem Tag 2400 Euro gemacht habe. Das Ganze ist immer noch aktuell, das heißt, da hat sich nichts dran geändert, du kannst dir das kostenlos ansehen, einfach Link in der Bio anklicken oder bei uns auf die Webseite gehen, sportwettenuniversity.de. Gucken wir uns mal das Ganze im Detail an. Es gibt eine wichtige Erkenntnis, was ich dir hier in diesem kurzen Quotenvergleich mal zeige. Wichtig, was ich auch oft schon gesagt habe, die Quoten zu vergleichen macht einfach Sinn. Du siehst oben die Quote von BAT365, unten die besten Quoten quasi. Du siehst es bei ganz links, bei dem Heimsieg würde man bei BAT365 eine bessere Quote kriegen. Bei einem Unentschieden würdest du auch eine bessere Quote kriegen. Das sind aber die unwahrscheinlichen Szenarien. Bei dem wahrscheinlichen Szenario von dem Auswärtssieg siehst du schon den massiven Unterschied. Von einer 1,63 Quote, das heißt, bei 100 Euro Wetteinsatz, bekommst du unterm Strich 63 Euro von BAT365, wenn es gewinnt. Bei den besten Quoten bekommst du nicht 63 Euro, sondern 84. Und jetzt sagst du dir vielleicht, ja gut, das ist halt ein paar Euro. So darf man aber nicht denken, man muss hier wirklich das Maximum aus den Quoten rausholen. Wenn ich zum Beispiel 20, 30 Wetten spiele mit 300 Euro, 350 Euro, wenn es eine sehr gute Wette ist, 500 Euro Wetteinsatz pro Wette, dann kommen da tausende Euros zusammen. Und da ist so ein Quotenunterschied. Mal schnell an einem Wochenende vielleicht 1.000 Euro, die dann an Gewinn einfach nur durch eine schlechtere Quote wechseln. Das heißt, hier muss man immer darauf achten. Zu den großen Partien. Hier sagt es, der logische Menschenverstand muss BAT365 abliefern. Da dürfen sie nicht ganz so krass sein. Das ist ja hier eine kleine Nischenliga, jetzt in Serbien gewesen. Das ist das Champions League Halbfinale. Da siehst du, sind die Quoten in etwa, zwar natürlich noch ein bisschen schlechter bei BAT365, aber dennoch akzeptabel. Eine Sache, die ich dir dennoch sehr gut empfehlen kann, wo du aber aufpassen musst, sind die Wettboosts. Denn dort, zeige ich dir gleich nochmal mit einem Beispiel, wie die Quote ist, ist das Ganze sinnvoll. Natürlich sind diese Wettboosts eine 12er Quote, 8er Quote, viele Sachen, wo man was kombinieren muss, die wenig Sinn machen. Du kriegst aber oft auch Wettboosts für eine Einzelwette, wo man das Ganze eh anspielen würde, wo man dann eine gute Wette bekommen würde, beziehungsweise eine gute Quote. Dazu habe ich dir das Ganze natürlich auch vorbereitet. Weil es aktuell gerade ist, dass Kylian Mbappé einfach ein Tor schießt, egal zu welchem Zeitraum. Bekommst du einen Wettboost von 3,25 auf 3,40. Die beste Quote am Markt, sonst ist nur eine 3,25. Das heißt, hier hättest du ein Value einfach, weil die Quote deutlich höher ist. Du bekommst hier eine 3,40 Quote. Die aller, aller, aller beste Quote ist eine 3,25. Das heißt, mit dem Wettboost kann man teilweise, wenn es natürlich auch Sinn ergibt, man sollte hier jetzt keine unnützen Sachen anspielen, keine Kombi-Wetten, keine 12er Quoten, sondern das, was Sinn macht, bekommst du sehr, sehr gute Quoten. Kommen wir jetzt zum größten Vorteil für deutsche Kunden. Eine Sache, die immer im Nachteil war für deutsche Kunden, waren asiatische Wetten. Ich mache dir ein Beispiel. Über 3,0 hatten wir gerade eben gesagt. Bei vier, fünf, sechs Toren gewinnst du deine Wette. Was passiert, wenn es genau drei Tore kommen und die Wette ist quasi auf Null ausgelaufen? Das heißt, du kriegst dein Geld zurück. Wie wurde das immer berechnet? Bei 100 Euro würdest du nicht 100 Euro wiederbekommen, sondern nur 95 Euro. Das heißt, du hast, obwohl es nur drei Tore gefallen sind und es ist eine über 3,0 Wette, ist soweit alles richtig, kriegst dein Geld zurück, aber du musstest die Steuer zahlen. 5 Prozent heißt 5 Euro bei 100 Euro. Und das ist nämlich ein massiver Nachteil gewesen für zum Beispiel Value-Bets etc. Oder auch im Allgemeinen, dass du einfach 5 Euro Steuer zahlen musst, obwohl du dein Geld zurückbekommen hast, keinen Gewinn gemacht hast. Es wurde aber so deklariert. Nun ist es so, weil Bet365 das Ganze übernimmt, bekommst du bei einem asiatischen Wette, wenn du über 3,0 spielst, bei 100 Euro Wetteinsatz, 100 Euro auch zurück und musst keine Steuer zahlen. Und das ist eine enorm gute Sache für deutsche Kunden. Eine letzte Sache, die ich dir als Tipp mitgeben möchte. Asian Handicap ist eine Sache, die ich immer sehr gerne anspiele. Warum? Weil du eine Absicherung bekommst. Und wie schaut das Ganze einfach aus? Wir gucken uns das mal an, wenn wir sagen jetzt zum Beispiel Dortmund gewinnt das Spiel oder wir wollen bei einem Unentschieden das Geld zurück, können wir das Asian Handicap 0 nehmen, das hier unten, und bekommen bei einem Sieg von Dortmund die Siegquote. Bei einem Unentschieden kriegen wir aber das Geld zurück. Und das ist auch eine Sache, die die meisten oder viele Buchmacher einfach nicht haben, diese asiatischen Wetten, die aber in der Regel von Profis sehr, sehr viel genutzt werden. Wenn dir das Ganze gefallen hat, lass ein Like da, abonniere den Kanal, falls du noch nicht dabei bist, schau dir alle Videos an. Hier gibt es so viele Videos, fast 200 Videos. Liebe Grüße. Jetzt habe ich zum Ende noch einen ganz heißen Tipp für dich. Wenn du erfahren möchtest, wie Sportwettenprofis wetten, habe ich ein neues kostenloses Sportwetten-Webinar erstellt. Dieses Webinar ist aber nur über den Link in der Beschreibung auf unserer Webseite verfügbar. Also, schau es dir jetzt an. Bis zum Ende. Bis zum Ende. Bis zum Ende.